Vielleicht wissen die einen oder der anderen noch hier im Saal, was Wutz doch war. Und da gab es ein Lied, bei dem Festival, das mich immer sehr beeindruckt war. Das war etwas anders als die anderen Songs, die da so aufgeführt wurden, weil da war ein seltsames Instrument dabei. Und das haben wir hier wieder. Ja, ganz ungewöhnlich. Und das hat mir immer gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, so alter Wunschtraum von mir empfiehle ich mir jetzt, das spiele ich jetzt mal wirklich mit, wie erfülle ich, wie sich das gehört. Kein Titel, das ist damals bekannt gemacht. Aber es ist eigentlich ein alter Bluessong von 1925, der heißt im Ursprung Bulldog Blues. Handelt aber bei der Version, die wir spielen, von dem Thema Vietnamkrieg damals und Jugend, natürlich Antis, klar. Aber hier ist eine andere Lösung angeboten. Going up the country. Ich weiß nicht, was das war. Alle fool! Oh! Oh! Wow! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020